Einen wunderschönen guten Abend alle. Ja, ich habe geile Sachen für euch wieder. Vielleicht versteht dann der eine oder andere, dass ich jetzt ein bisschen extremer XRP kaufe und nicht mehr die anderen, weil mit den anderen bin ich eigentlich gut, kann man sagen. Also da freue ich mich schon auf den Bullenmarkt, der noch kommt. Was ich natürlich bald auch erwarte, Bitcoin Halving ist. Was heißt bald? Sind natürlich ein paar Monate, aber nichtsdestotrotz. So, das ist keine Finanzberatung, nur meine persönliche Meinung und nein, ich bin kein Anlageberater. Was ist los auf dem Markt? Naja, was sehen wir denn? Endlich, endlich eine vernünftige Korrektur, ganz ehrlich. Ich hoffe auch, also sagen wir es mal so, ich hatte wirklich wahnsinnige Angst, dass der Markt, und das sage ich in der Kryptowelt hier, unnormal steigt. Damit meine ich, dass wirklich keine Korrektur ist und dass es wirklich weiter nur aufwärts geht. Vielleicht ein paar Zwischentage, wo es mal ein bisschen rot wird. Aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass wir jetzt unsere Korrektur, unsere gesunde Korrektur haben, damit der Markt natürlich weiter steigt. Man darf nicht denken, von wegen ist es in der Kryptowelt, auch wenn Vermögensverwalter da sind. Ihr seht, selbst die hören auf zu kaufen und sagen dann ganz klipp und klar, okay, lassen wir mal die Korrektur laufen und ja, wir sehen das jetzt gerade und Gott sei Dank gibt es eine Korrektur, eine schöne, gesunde Korrektur, damit der Markt danach natürlich wieder weiter steigen kann. Und nein, der Bullenmarkt ist noch nicht vorbei. Auch wenn einige, hat man mir hier auch im Chat schon geschrieben, ja, jetzt wissen die alle Bescheid, wie der Zyklus läuft, das wussten die auch schon früher. Das wussten die auch schon 2017. Selbst ein Idiot, wie ich, wusste schon 2017. Nein, also von daher, das ist eine dumme Aussage von Leuten, dass deswegen nicht mehr dieser normale Zyklus läuft. Dass wir eine außergewöhnliche Situation haben durch die Vermögensverwalter auf dem Markt, ist natürlich klar dank dem Bitcoin ETF. Aber nichtsdestotrotz, wir werden jetzt mit frohen Locken natürlich auf das Bitcoin Halving warten. Es gibt immer noch diese drei Faktoren, bis dass man sagen kann, okay, wir sind im Bullenmarkt. Erstens, Bitcoin muss ein Allzeithoch erreicht haben und auch halten. Hatten wir, gut, jetzt rutscht er wieder ein bisschen runter, aber nichtsdestotrotz können wir mal abhaken. Der zweite Punkt ist, wir müssen die Marktkapitalisierung vom letzten Bullenmarkt überschreiten. Das haben wir noch lange nicht. Da fehlen noch mal fast eine Billion. Und der dritte Punkt ist, und der ist auch verdammt wichtig, wir müssen erst mal das Bitcoin Halving haben. So, wir haben davon nur einen Punkt erledigt. Das ist der Bitcoin, dass er sein Allzeithoch erreicht hat. Alles andere ist noch nicht der Fall. Und von daher können wir weiter natürlich immer noch entspannt bleiben. Ich schätze mal, wir werden trotz allem in den nächsten vier bis acht Monaten, werden wir sicherlich die Marktkapitalisierung vom letzten Bullenmarkt auch überschreiten. Und ab da an, genau ab da an, können wir sagen, okay, geil, wir sind im Bullenmarkt. Wir haben noch keinen Bullenmarkt gehabt. Wir haben Bullrun gehabt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Die gehören zwar zusammen, aber es betrifft dann im Endeffekt ja meistens nur Bitcoin. Wegen den Vermögensverwaltern. Und wir haben einen guten Aufwärtstrend, einen geilen Bullrun gehabt, auch für den gesamten Markt, aber noch lange keinen Bullenmarkt. So, meine Lieben, fangen wir mal an. Ich habe geile Sachen. Frau König hat mir das hier geschickt. Da konnte ich eigentlich nicht anders, als hier natürlich die Homepage von Volante ihr zu zeigen. Also Volante ist mit ISO konform und mit der US-Zentralbank natürlich. Volante ist ein Provider, der Geld überweist mit verschiedenen Systemen. Swift GPI, Ripple, Visa B2B, Visa Direct und mehr natürlich. Volante ist ganz großer Partner von Ripple. Ein mega geiler Provider, den Ripple auch tatsächlich, habe ich hier Lust, wird tatsächlich auch braucht und es ist einer der wichtigsten Partner für grenzüberschreitende Zahlungen. Alleine ihr weltweiter Umsatz ist 200 Milliarden US-Dollar. Das heißt jetzt nicht, die transferieren nur 200 Milliarden US-Dollar. Das heißt, sie haben 200 Milliarden US-Dollar an den Transfers verdient. Nicht, dass jemand denkt, ja, die schicken ja nur 200 Milliarden. Nein, die schicken das, was Swift GPI, Ripple und Co. natürlich den angeben. Volante ist seit letztem oder vorletzten Jahr mit Ripple Payments ausgestattet. Sprich, sie haben das System auch geupgradet von sich. Von daher, oder was Ripple auch sagt, wir betrachten Volante als einen wichtigen Partner für den Aufbau des neuen datenreichen Echtzeitzahlungsnetzwerkes von Ripple. Und wie ich ja immer sage, Ripple hat geile, wirklich richtig geile strategische Partnerschaften gemacht über die ganzen Jahre. Und dazu zählt natürlich Volante auch. Die sind mit Swift zusammen. Die sind mit, wie gesagt, mit der US-Zentralbank zusammen. Und Fedwire, naja, ist das System von der US-Zentralbank, ihr dürft dreimal raten. Ich sage ja nicht umsonst, immer wieder das Gleiche. Nicht alles wird direkt über den XRP-Ledger laufen. Aber indirekt schon. Über solche Provider wie Volante. So viel dazu. So, Zirkel. Mega geil. Mega geil. Zirkel diskutiert die Aussicht, USDC, also ihren Stablecoin, und natürlich den EuroC, den europäischen Stablecoin, ja, der läuft auch über Zirkel, ist ein US-Unternehmer, soll man sagen, ne, in den XRP-Ledger zu bringen. Sie haben zwar bei Ripple noch nicht nachgefragt, nun Ripple bei denen auch noch nicht, aber schaut mal. Zirkel, das Blockchain-Zahlungsunternehmen hinter dem USDC, Stablecoin, sprich die Nummer 2 der Stablecoins auf der Welt, hat auf Anfrage bezüglich der Möglichkeit geantwortet, USDC in den XRP-Ledger zu bringen. XRP-Ledger ist nach, ach so, das kennen wir ja schon, robust, ja, ja. USDC muss XRP-Ledger noch nativ unterstützen. Trotz der Position des XRP-Ledgers als eines der ältesten und sichersten Netzwerke haben die Imitanten der beiden größten Stablecoins, Tether und Zirkel, jedoch nicht die Möglichkeit geprüft, ihr jeweilige Stablecoin-Projekte in das Netzwerk einzubringen. Also Tether können sie auch weglassen, das bräuchten wir nicht, ne, sage ich ganz ehrlich, weil Tether ist ja so ein kleines Damoklash-Wert in der Kryptowelt. Aber Panos hat geschrieben, Befürworter haben begonnen, Fragen zu beiden Stablecoins-Projekten zu stellen, die vor dem XRP-Ledger zurückschrecken. Einer dieser Personen ist Panos Mekras, ein Kryptoautor und Entwickler des XRP-Ledger. Mekras, der das XRP-Ledger-basierte Protokoll Anodos gegründet hat, schrieb eine E-Mail an Zirkel, um zu erfahren, warum USDC noch nicht auf der XRP-Ledger ist. Antwort von Zirkel. Mekras betonte in seiner E-Mail, dass die Einführung von USDC und EuroC, sprich der europäische Stablecoin, der hier auch rauskommt, im XRP-Ledger für sein Projekt Anodos von Vorteil wäre. Als Reaktion darauf bestätigt Zirkel seine Bereitschaft, die Unterstützung für USDC und EuroC auf weitere Blockchains auszuweiten. Das Unternehmen wies jedoch darauf hin, dass es keine Informationen über Pläne gibt, beide Stablecoins in den XRP-Ledger zu bringen. Sie betonten, dass ein Gespräch über die mögliche Unterstützung von XRP-Ledger mit Ripple Labs geführt werden könnten. Die XRP-Community war mit dem voller Hoffnung und auch überrascht, da das Blockchain-Zahlungsunternehmen als einer der vielen Mitwirkenden am XRP-Ledger-Ökosystem gilt und nicht als exklusives Eigentum an dem Netzwerk besitzt, weil der XRP-Ledger ist zu 100% dezentral. Mekras schlug vor, dass einige dieser Unternehmen Ripple als die erste Anlaufstelle für Gespräche über den XRP-Ledger ansehen. Er betonte jedoch, dass Ripple nicht unbedingt benötigt wird, da die XRP-Ledger dezentralisiert und unabhängig von dem Zahlungsfirma ist. Der hatte absolut recht. Es gibt natürlich auch einige, die sagen jetzt zum Beispiel, der Santiago Vélez hat geschrieben, von wegen, dass das Zirkel kein Stablecoin, also ihren Stablecoin auf den XRP-Ledger bringt, weil sie Ripple als Konkurrenz sehen, weil es natürlich Blockchain-Zahlungsszene zurückzuführen sein könnte. Mekras hat natürlich geantwortet, das gleiche, weil es natürlich auf der Stellar-Blockchain schon läuft, das ist komischerweise auf das Stellar-Netzwerk, aber USDC ist dort bereits ansässig. Er betonte, dass die Einführung von USDC in den XRP-Ledger für das Unternehmen und das XRP-Ledger-Ökosystem von beiderseitigem Nutzen sein würde. Da gebe ich Ihnen auch absolut recht und diese von wegen, weil ja Ripple so gesehen Konkurrenz ist. Stellar wäre so gesehen bei Zirkel auch Konkurrenz. Das ist ein bisschen dämlich gewesen, aber okay. Warten wir mal ab, ob das noch direkt kommt. Aber schauen wir mal. XRP-Ledger, Sidechain, Chao, liefert neue Funktionen mit Major Release aus. Die Mainnet-Version des Chao-Netzwerks wurde im Oktober 2023 eingeführt und seitdem um neue Funktionen erweitert. Die neue Version Chao-T 2024.3.12 Release plus 790 wird mit XLS 55D ausgeliefert. Realmeet Automate Multi-Assets Payment for XRP-Ledger Protocol Chains. Realmeet ist eine neue Zahlungsabwicklung, der es einem Absender ermöglicht, mehrere Währungen und Token automatisch an ein bestimmtes Ziel zu senden. Das heißt, du kannst nicht nur mit einer Transaktion einen Vermögenswert senden, sondern mehrere. Was das natürlich zur Folge haben wird, dass natürlich eine Transaktion dadurch natürlich höher wird. Anstatt, dass du jetzt sagst, okay, ich schicke jetzt nach China 10.000 Euro plus noch, vielleicht will der auch noch ein paar Dollar haben, noch 5.000 Dollar dazu. Das kann dich gleich alles mit einer einzigen Transaktion ausführen. Es handelt sich um eine Push-Zahlung, die egal was passiert und für Einzelhandels- und Hooks-Anwendungsfälle konzipiert ist. Ist natürlich eine feine Sache und warten wir mal ab, wann es soweit ist. Aber ihr seht, die Erweiterung geht immer weiter. Das ist geil. PayPal nicht nötig. Neue Ära des digitalen Bezahlens beginnt. Danke Frau König, das hat sie mir auch geschickt. Im Juni, merkt euch, Juni, will die European Payments Initiative EPI rischen Wind in die Welt des digitalen Bezahlens bringen und neue Konkurrenz für PayPal und Apple Pay etablieren. EPI verspricht, Geldtransfers per App über Ländergrenzen hinweg zu vereinfachen. Auch an der Ladenkasse soll es angeboten werden. Bezahlen mit EPI, Konkurrenz für PayPal und Apple Pay. Ein neues grenzüberschreitendes Bezahlsystem steht vor dem Start. EPI soll ab Juni 24 seine Arbeit aufnehmen und eine europäische Alternative zu PayPal, Apple Pay und Co. bieten. Juni, Mika-Vorschriften stehen in Kraft oder kommen in Kraft. Die einheitliche Bezahlungslösung EPI, die unter anderem von der Deutschen Bank und dem Sparkassen und Juroverband unterstützt wird, soll es ermöglichen, Geld bequem und sicher von einem Smartphone auf ein anderes zu überweisen. Die Vision einfach schnell und sichert Transaktionen über Grenzen hinweg, ohne auf amerikanische Dienstleister angewiesen zu sein. So, wir wissen, Ripple ist international. Also im Endeffekt in dem Bereich ist Ripple kein nationales Unternehmen. Dazu aber noch, da hat mich ein bisschen stutzig gemacht, was ist denn EPI? Stand ja da, ist alles okay, aber wer gehört denn alles dazu? Digitales Wallet, EPI, Ecosystem und Payment natürlich, aber das ist auch noch nicht so interessant. Gründergesellschaften, das hat mich interessiert. Da sehe ich Bellfios, Ripple Partner, Credit Mutu, Ripple Partner, BMP Paribas, Ripple Partner, Credit, Ripple Partner, Deutsche Bank, Sparkasse, DZ Bank, Ripple Partner, ING, Diba, Ripple Partner, äh, ne, Rabobank, Ripple Partner, Suzy General, Ripple Partner, also sehe ich schon so einige Ripple Partner und dann grenzüberschreitende Zahlung. Wen wollt ihr denn erzählen, dass da vielleicht Solana mit drin ist? Also, ich weiß ja nicht, wie wir das vorstellen, weil wir müssen uns ja vorstellen jetzt, aber das klingt auch ein bisschen scheiße, ähm, in Munich treten die Mika-Vorschriften in Krab. Ripple kriegt dadurch natürlich die Möglichkeit, in Brüssel mal eben alle Lizenzen für die Europäische Union natürlich sich zu holen mit einem Antrag, der sicherlich gleich einen Stempel draufkriegt und fertig hat sich's. Und von daher denke ich mal, dass da was aus den USA trotz allem dahinter steckt, ein internationales, globales Zahlungsunternehmen oder Dienstleistung eher gesagt, wo ich mir denke, ist schon klar. So, meine Lieben, ach, meine Bubbles habe ich aber heute noch gar nicht gezeigt. Sieht geil aus, ne? Das nenne ich mal wieder eine schöne, schöne Korrektur. Es wurde auch endlich Zeit und verdammt noch mal, ja, wir brauchen's und nein, Bullenmarkt ist noch nicht vorbei, weil er noch gar nicht begonnen hat. Der kommt jetzt erst noch. So, meine Lieben, ihr seid wieder dran. Ihr seht, ich habe ein bisschen Schmutz, man hat mir ein bisschen was Schmutziges noch dazu gepackt. Ich hoffe, ich habe euch richtig bekloppt gemacht. Ich grüße natürlich alle und ich hoffe, euch geht's natürlich gut. So, jetzt müssen wir erst mal gucken hier. Ihr wart ja wieder richtig fleißig. Da bin ich. Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist schönes Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. Und ich grüße natürlich auch nicht nur euch hier im Chat, sondern 132 Zuschauer. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid, meine Lieben. So, Qualmisch Moin. Sanremo, Sonnegrüße von der Insel. Action Time. Ich höre vorerst nur zu. Sanremo, tu mir mal einen Gefallen für dein Bauprojekt. Hast du ja eine Homepage? Gib mir mal bitte nochmal die Adresse dazu. Jemand hat schon auf Twitter auch oder auf X nachgefragt. Doc Azzarola, Gruß von der Couch. Kim Beam, Archie und AMP sehen doch gut aus aktuell. XRP und XLM weiter stabil. Ja, gut. Veracity und Vision seitwärts. Aber so schlimm ist das ja nicht. Gerade steigt wieder die Kurse seit 20 Uhr. Ja, es ist ja auch nicht brutal. Ganz ehrlich, also wenn man das schon brutal findet, dann sollte man lieber im Bullenmarkt seine Kurse irgendwie per App einstellen, dass der Alarm geht, weil im Bullenmarkt da werden wir Korrekturen sehen von 10 bis 20 Prozent am Tag bei einem Coin oder bei fast allen Coins. Aber dementsprechend sind sie natürlich auch gestiegen. Aber wie gesagt, ich freue mich, dass es wirklich gesund korrigiert endlich. Ich hoffe, es geht auch noch ein paar Tage so weiter und dann natürlich wieder hoch. XRP-Eyko, schönen Samstagabend allen. Starntrampe, guten Abend MC und alle Wochenend XRP-Lach. No, Petsi, grüß dich. Transatlantic, moin MC und Community. Oh, wie ist das rot? Viele müssen jetzt ja glücklich sein und ordentlich nachkaufen. Ich habe gestern ein bisschen gekauft. Nächster Kauf ist nächste Woche. Haben sich ja alle gewünscht, dass es endlich mal knallt. hoffe doch, dass jetzt jeder seinen Bedarf decken konnte und wir dann endlich mal zum Mond fliegen können. Leider habe ich gerade keine Kohle übrig und Ende diesen Monats sind wir dann wieder zu teuer. Naja, so ist das nun mal. Ach, pass auf. Ich glaube nicht, das war die letzte Korrektur. Keine Panik. Ottoran, moin in die Runde. C. Clemens, moin. Zingebär, geh nicht an mich. Kirch, guten Abend. Galedo, guten Abend. XRP-Eyco, das wird nicht noch weiter hochgehen. Es wird ein Einbruch kommen. Könnte ich mir auch vorstellen, wenn die Vermögensverwalter genug Bitcoins jetzt haben, dass sie erst mal sagen, okay, das reicht. Jetzt lassen wir erst mal den Markt ausklicken. Wir brauchen nicht mehr. Der Bedarf an ETF ist erst mal vorläufig. Er wird gedeckt. Aber ist euch schon mal vielleicht in den Gedanken gekommen, falls es wirklich sowas wie den Aktiencrash schon so gibt, dass deswegen die Vermögensverwalter jetzt Bitcoin groß gepumpt haben und gekauft haben, damit sie ihre Verluste beim Aktienmarkt ausgleichen mit Bitcoin verkäufen, immer das im Hinterkopf haben. Mr. Crypto, guten Abend. Ich hoffe, alle hatten bis jetzt ein angenehmes Wochenende. Ich kann mich nicht beklagen heute. Blauer Pilot, Servus aus der Spätschicht. Ach du Schande. Anton, guten Abend. 72 einfach gut. Hallo, lieber MC und alle anderen. Liebe Grüße aus Zürich, der mit Abstand schönste Stadt in der Schweiz. Kann ich leider nicht bestätigen, weil ich noch nicht in Zürich war. XRP, Eiko, ich kaufe XRP erst wieder nach, wenn der Kurs in der 50er ist. Na ja gut, dann wirst du ja nicht lange brauchen. Was haben wir denn jetzt hier? Aktualisieren wir mal eben. Ah doch, er war bei 60 und jetzt steigt er wieder. Na ja gut, vielleicht hast du ja morgen mehr Glück. Morgen ist Sonntag, wir wissen, was Sonntag ist meistens. Brasil, Nabend, XRP 23, Nabend MC. Papi spielt, Grüße Familie, schön weiter die Kryptos pflücken. Ich kretze auch noch ein bisschen Geld zusammen, habe sicherlich noch irgendwo einen Sparstrumpf. Solange es deiner ist und nicht der von der Frau oder von den Kindern, alles im grünen Bereich. Late Zero. Wer an die Technologie glaubt, schläft ruhig. Wer nur effektiv und planlos kauft, hat, ist von Durchfall geplagt. Könnte man auch so nennen. Ja, wer an die Technologie glaubt, den interessieren die Kurse im Endeffekt auch nicht. Bei XRP sowieso nicht. Und das sage ich auch zum Beispiel bei Achimipay, bei Veracity, das sind wirklich, wo Technologie dahinter steckt, die auch in der realen Welt in die Verwendung sind, wo ich mir denke, ja mein Gott, was soll da noch schief gehen? Auf Null können die sowieso nicht gehen, wegen der Verwendung, außer die Unternehmen gehen natürlich Konkurs. dann würde ich sagen, okay, das ist das Risiko bei allem, auch wenn du in den Aktienmarkt reingehst, aber im Großen und Ganzen ist es sehr unwahrscheinlich. Und von daher, deswegen sage ich immer, recherchiert selber, guckt euch natürlich ganz genau das an, woran ihr investiert. Und dazu gehört natürlich auch die Technologie, woran ihr investiert. Zuschauer-Serie, Single Bear hat momentan 15 Stream-Serie, cool. Mr. Crypto, MC, was denkst du, bis wann die Korrektur geht, beziehungsweise der Downtrend? Also im Endeffekt hoffe ich wirklich so noch auf Minimum 10% und Maximum 20%, dass der Markt noch runter geht. Nicht, weil ich noch nächste Woche kaufen möchte, darum geht es nicht, damit das wirklich eine richtig schöne, gesunde Korrektur ist. Das, was wir ganz, ganz dringend im Endeffekt ja auch brauchen. XRP-Eco, bitte so, bitte so, TAU und Stellar XLM erwägen ein Upgrade. Das dynamische TAU-Upgrade wird jedes Subnetz mit einem einzigenartigen Token und einer eigenen Liquiditätspool in Verbindung mit TAU ausstatten. Die Emissionen werden dann auf die Grundlage der relativen Marktpreise dieser Substanz-Token zugewiesen. Dies wird den subjektiven manuellen Prozess ersetzen, der von einigen wenigen Validatoren dominiert wird. Okay. Trotzdem, ja, kaufe ich TAU trotzdem nicht. Die Kryptowelt ist nicht mehr das, was es mal war. BEM soll man noch vertrauen. Und dieser Bitcoin-Halving ist auch für den Arsch. Ist alles durcheinander. Nein. Absolut nicht. Du musst bedenken, dass die Mining-Industrie zum Beispiel ja nicht umsonst keine Bitcoins mehr besitzt. Die haben ihre Wallets tatsächlich leer geräumt. Und es ist eine außergewöhnliche Situation. Natürlich. Wegen den Bitcoin-ITFs. Gar keine Frage. Und den Vermögensverwalttern, die offiziell jetzt da drin sind. Aber nicht desto trotz, wir sind nicht im Bullenmarkt gewesen. Der kommt noch. Und von daher ist es eine Ausnahmesituation gewesen. Ganz klar, oder ist es noch. Aber wir müssen den Markt oder die Kryptowelt, genauso wie bei allen anderen, wenn es um Finanzen geht, ja auch länger gucken. Und nicht von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Und dauer dieses dumme Gesabbel von pubertierenden YouTubern. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind im Bullenmarkt. Warum? Ja, guck dir Bitcoin an. Guck dir das Allzeithoch an. Ich habe mich mit einigen unterhalten. Ich habe mich so kaputt gelacht, weil die keine Ahnung hatten. Aber alle gehen davon aus, oder die meisten gingen davon aus, auch gerade die so Content Creator sind, sprich auf YouTube oder sonst wo ihre Sachen bringen, weil Bitcoin eben halt sein Allzeithoch geknackt hat. Und deswegen sind wir nicht im Bullenmarkt. Das ist der größte Schwachsinn. Das ist schön für Bitcoin, dass er das geschafft hat. Aber deswegen haben wir noch lange keinen Bullenmarkt. Aber gut, wenn die Leute denken, es ist Bullenmarkt und wenn die Leute denken, der Bullenmarkt ist jetzt vorbei, dann verkauft alle. Ich sitze hier schön entspannt, sage, ja gut, verliere ich eben 50, 60.000 am Tag und das ist mir scheißegal, weil ich habe sie nicht verloren, weil es ist einfach nur weniger was in meinem Portfolio ist, mehr nicht. Marian, hi MC und Gemeinde, schönes Wochenende an alle. Akimo, guten Abend zusammen. Indalo, Grüße, Symphonikos, Grüße aus Aalen in Westfalen, wünsche allen einen schönen Livestream. Dankeschön. Gweimis, oh oh, wo ist unser Hunderter Mann? Naja, gestern war Turbo nicht da, jetzt ist er vielleicht nicht da. Hubal, hello MC und Community. Adam Mac, hello XRP Gruppe, heute schon wieder Veracity gekauft, aber dieses Mal auf Coin Mercy. Früher geswappt auf Ledger von Ethereum auf Veracity. Danke Marcello, gegen die bin ich Krypto Junkie. Wegen mir, ja. 30.000 habe ich schon, das will ich gar nicht wissen. Ich hoffe, Bullenmarkt gibt mir die finanzielle Freiheit. Könnte passieren. Könnte passieren. Argon, guten Abend alle miteinander. Only Feng, jo, moin. Ja, moin, schon Auszahlung von Juicyfit bekommen? Ja, nein. Nein. Noch niemand, den ich kenne und ich kenne 10 Leute, die investiert haben. Von den 10 Leuten haben drei Leute diesen Antrag gestellt von letztes Jahr und haben noch nicht einen Cent bekommen. Wieso hast du Geld gekriegt? Also ich kenne niemanden. Hey Toni, hallo MC, wie geht es dir? Jo, eigentlich recht gut. Startrampe, dachte du wärst erkältet. Hab es wohl verwechselt. Hä? Ging wohl nicht an mich. Ah, geht an Qualmis. Light Zero, Volante, wird auch in jedes Auto verbaut, um Lenkbewegung weiterzugeben an die Vorderräder. Ja, ich glaube, das ist ein anderes Volante. Graf Olaf, grüß dich. Johannes, wie, wie, hoi, Sam, ich biedre fallen die Kurse unserem Lieblingscoin. Wie, gut, du aber Style ab. Ja, ist doch schön, ne? Ich finde das gut. Klar, es ist, ich habe ja gestern auch gekauft und ich bin damit auch schon im Minus. Und? Es stört mich nicht. Diesmal juckt es mich noch nicht, dass ich für meine paar Euro jetzt mehr kriegen hätte können. Qualmis, da ist er ja. Single Bay MC, viele solide Coins haben in den letzten zwei Jahren gute Partnerschaften hinzugewonnen, sage nur WeShane und AlchemyPay. Ja, und deswegen, und dann machen sich die Leute Sorgen, weil jetzt mal eine Korrektur kommt und die Kurse mal ein bisschen runtergehen? Ich meine, von da, wo wir gekauft haben, hat ja jeder einen guten Einstieg gehabt und ist sicherlich immer noch ein Plus damit. Und selbst wenn wir damit ins Minus rutschen würden, ich hoffe nicht, weil das würde mein Bankkonto ziemlich bluten lassen, weil ich nur kaufen würde. Muss ich ganz ehrlich sagen, das interessiert mich gar nicht. Mich freut es für den Markt, dass es korrigiert, aber im Endeffekt, wir sind alle gut aufgestellt. XRP, Heiko, USDC ist doch Tether. Nein, USDT ist Tether. Da wäre ich nicht so glücklich darüber. Schreibt gleich mal was dazu. USDC ist wirklich zu 100% mit dem Dollar gedeckt. Das ist auch schon nachgewiesen worden, auch per Gericht sogar. Aber USDT, Tether, ist so recht fraglich. Offiziell haben sie es natürlich auch schon gedeckt mit dem Dollar, aber es gibt immer wieder komische Gerüchte. Symphonie-Kursen, geht ganz schön runter, aber ich bin total entspannt. Mal sehen, was der Sommer alles bringt. Findest du? Also ganz ehrlich, wir reden hier von der Kryptowelt und alles was unter 10% ist Minus. Ist im Endeffekt, ja, ist okay, aber nicht wo man sagen müsste, oh Kacke, Schieber, oder Dodge, okay. Ich muss mal gucken, weil ich will mal wissen, was hat Turbo denn gemacht? Turbo. 13%, aber schon im Stundenschaden 2% wieder hoch. Ja gut, ist halt so. Aber ganz ehrlich, jeder der Turbo hat und ein paar 50 oder 100% Gewinn hat, was soll ich dazu sagen? Guck mal, 90 Tagen, 31% immer noch Plus, in 30 Tagen hat er 136% Plus gemacht und jetzt mal eine Korrektur von, ja gut, von 7 Tagen 21% Minus. Oh mein Gott, er würde ich mir richtig in die Hose pinkeln, ganz ehrlich. Sehe ich nicht als schlimm an im Moment. XRP, Heiko, sorry, USDT, ja. Johannes, Hallöchen, auch von mir, den Hannesli, auch Reina, allen einen schönen guten Abend und denkt daran, was runter geht, geht auch wieder aufwärts. Einfach bitte warten. Richtig, Augen zu und durch, mehr ist es nicht. Gamer, der 1, 2, 3, was glaubst du, wenn Tether Coin auf 0 geht, geht alles den runter? Also, wenn Tether tatsächlich, nehmen wir mal an, verboten wird, den Korruption nach, wie es ja schon gesagt wird, Korruption wirklich aufgedeckt wird und und und. Wenn er wirklich verboten wird, wird zwar nicht auf 0 gehen, aber das wird ein Crash sein, sowas hat die Kryptowelt noch nicht erlebt. Man muss bedenken, mit Tether wird viel bei Bitcoin zum Beispiel manipuliert. Man sagt ja, das Bitcoin Marktkapitalisierung ist zu 95% gefakt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass hinter Tether nicht zu 100% alles mit Dollar gedeckt ist, sondern, dass es eine riesengroße Blase ist, die auch irgendwann platzen wird. Lungdin, guten Abend alle zusammen und MC, hab wieder mächtig eingekauft, neu hinzugefügt ArchemyPay und hat gleich angezogen und bin im Win Plus. Danke Freunde, so macht das Spaß. Bitteschön, freut mich, dass ihr ArchemyPay auch gefällt. Markus, Servus MC und Community, Grüße aus Bayern, Papi spielt MC, hast du etwas von der EU-App Vero gehört? Angeblich soll darüber auch der digitale Euro laufen, soll eine Alternative zu PayPal sein und Mitte des Jahres starten. Im Juni, habe ich jetzt gerade gebracht, das ist dieses von EP, das ist die Vero-App. Start dran, wir haben heute mal nach QFS-Quanten-Finanz-System gegoogelt. Da kommst ja gleich zu Nikola Tesla und freie Energie, wurde bei Blocky vor Jahren im Forum diskutiert und abgebügelt. Okay, Mr. Crypto AMP hat heute ganz gut wieder performt. Ja, der war auch nicht schlecht, gebe ich dir recht. 72 ist einfach gut. Leider habe ich in diesem Monat kein Geld mehr, um nachzukaufen, bin aber mit dem, was ich habe, ganz zufrieden. Eigentlich ist mein Portfolio fertig, habe ein paar Gewinnmitnahmen realisiert und jetzt warte ich in Ruhe und Vorfreude auf den Bullrun. Bullmarkt. Ähm, ja, wenn du wirklich schon, wenn du wirklich das Gefühl hast, du bist zufrieden, dann kannst du im Endeffekt nur noch eins tun. Entweder du kaufst auch Spaß ein bisschen hier und da mal ein oder du lässt es einfach und wartest einfach drauf. Genau richtig. XRP Ico RealCoin später Tether übersetzt Halteseile. Tether soll ein Kollaps kurz bevorstehen. Es müssten aktuell 103 Milliarden Dollar hinterlegt sein. Siehe Market Cap. Genau. Ähm, ich muss aber noch eben kurz was anderes dazu sagen. Diesen Kollaps, das sagt man schon seit acht Jahren. Könnte urplötzlich kommen, möchte ich gar nicht abstreiten. Da ist einiges im Argen, was das betrifft. Aber einfach abwarten. Das würde XRP nicht so treffen, wie alle anderen Coins oder Tokens. Vor allem Bitcoin wäre sehr stark betroffen. Als damals der Hack bei der Börse war und 850 Moment, 100,000, 10,000, 100,000, Millionen, 10,000, Millionen, 8,5 Milliarden Dollar Verlust mit Tether ausgeglichen wurden. Jetzt haben wir es. Waren über zwei Drittel von Tether überhaupt nicht gedeckt. Das gab es auch ein Gerichtsurteil mit einer Strafe von 41 Millionen. Dollar, die Bitfenix zahlen müsste. Tether behauptet, kein Engagement in der Evergrande Schulden zu haben. Ja, ja, natürlich nicht. Absolut nicht. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Tether seine Reserven in Evergrande investiert hat. BlackRock ist in Evergrande auch sehr dick drin. Würde erklären, warum BlackRock so viele Bitcoin kauft. Falls das alles in die Brüche geht, brauchen die Kohle. Würde auch erklären, warum Bitcoin vor dem Halving immer höher geht. Habe ich gerade schon gesagt und was soll ich das sagen? Aber nicht nur die sind dann dran. Wir müssen auch ganz klipp und klar sagen, wenn der chinesische Immobilienriese Evergrande wirklich hops geht, kriegen wir automatisch unsere Bankkrise. Da sind wirklich die großen Banken in der Finanzwelt mit drin. Alleine hier auch Deutsche Bank aus Deutschland jetzt sagen wir mal, die sind mit 500 oder 600 Millionen Euro oder Dollar bei Evergrande investiert. Von daher, ihr seht, wir kriegen die Immobilienkrise, wir kriegen die Bankkrise, wenn Evergrande kippt. Deswegen hat China die auch schon zweimal gerettet. Papi Spiel, Nikola Tesla hatte wohl früher echt was auf den Kasten. Da dran bejah, von Nikola Tesla gibt es auch genug aller Hutstoff zu finden. Mr. Crypto MC, wie geht es dir und deiner kleinen Familie? Auch mir geht es recht gut, meinen Katzen geht es gut und meiner Tochter, ja gut, die ist heute mal ausquartiert, die schläft heute bei einer Freundin, aber ihr geht es auch gut. Brilli Coin, guten Abend MC und liebe Leute, grüß dich. Papi Spiel, reicht, wenn wir einen MC-Hut haben? Sind ja hier alle verrückt. Musst ihr aber auch passen, ne? Turbo, ja, ja, genau, so ein neues kontaktloses Payment-Startup wird sich auch von 0 auf 100 gegen etablierte Player durchsetzen. Erstens, das ist eine Gemeinschaft von Banken. Das ist kein Startup-Baby. Ne, also, das wird das schon mal rausnehmen und ich denke schon, dass sich das durchsetzen wird von europäischen Großbanken in Europa und mit den Mika-Vorschriften, tja, wie war das noch, wenn du für digitale Zahlungen tätig sein willst, musst du auch innerhalb von Europa ein Unternehmen haben. Ich weiß gar nicht, ist Paypal hier auch in Europa auch direkt vertreten? Weiß ich eigentlich gar nicht. Seravino, hallo zusammen. XRP, Eiko, MC, erzähl nix. Quant wird da eingesetzt oder Chainlink? Stimmt, das könnte sein bei EPI, dass da natürlich Quant oder Chainlink eingesetzt wird, weil die auch für grenzüberschreitende Zahlungen sind. Single wäre mehr rot, bitte. Ja, hätte ich kein Problem mit. Ich bin ganz entspannt, ganz gelassen und selbst wenn mein Portfolio nur noch, ich sag mal, von dem, was es jetzt Hüchststand hätte, nur noch 1% vom Investment drin wäre, ist das auch so. Mr. Crypto, MC, öffne bitte mal den XRP Ledger, das LiveNet, MainNet und drück mal nicht auf die Payment, sondern auf die blauen Kreise, da steht immer verschiedene Währungen und auch richtig hohe XRP Beträge. Okay. Los, komm schon. Oh, das dauert wieder. Jetzt geht's los. Kanadische Dollar, ja, und was willst du mir damit sagen? Das sind höchstwahrscheinlich Börsenkäufe mit der Währung, die über den XRP Ledger laufen. Ne? Preis gekauft. Das ist das. Wenn du wissen willst, mit grenzüberschreitenden Zahlungen, mit Geldtransfers, mit Vermögenswerten, dann ist nur Payment interessant. Da siehst du, bringt gar nichts. Erstmal. Adrodun, moin zusammen. XRP Heiko, erstmal eine Tasse Kaffee holen. Wie soll das denn? Fett Tony, Veracity ist unter die 1 Cent gefallen. Denkst du trotzdem, dass Veracity die 1 Dollar schafften kann im Bullenmarkt? Warte erstmal ab. Es ist noch kein Bitcoin Halving, ne? Von daher, jetzt würde ich noch keine Prognose machen und sagen, warum passt der nicht? Selbst wenn der bis zum Bitcoin Halving unter 1 Cent ist, gehe ich immer noch davon aus, dass er dann zwischen 30 und 50 Cent schafft. So, da haben wir ja das von Sanremo, wenn das mal funktioniert. So, geht doch. Dankeschön, das muss ich dann nachher, warum ist denn das immer noch am Laden? Ja, proben wir jetzt nicht auf Deutsch. Muss ich nachher mal jemand anders noch gleich senden oder später. BrilliCoin, irgendwie geht mir heute ein Kinderlied nicht mehr aus dem Kopf. Also, ich singe mal vor M oder MC. Rot, 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 das sind alle meine Kleider. Rot, 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 ist alles, was ich habe. Darum liebe ich alles, was rot ist. Weil mein Schatz ein Feuerwehrmann ist. Okay. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie, ich habe ein knallrotes Gummiboot. M-Horn, hallo, guten Abend MC und alle zusammen. XRP, Heiko, HKCM hat Wieschen und WTO, also Wieschen Thor Token analysieren. Die setzen eher auf Wieschen Thor Token. Wieschen sehen Sie bei einem Dollar. Dann sollen sie das machen. Aber ich, ganz ehrlich, ich brauche keine Wieschen Thor Token. Ich kriege die jeden Tag, weil ich Wieschen halte. Warum soll ich noch Wieschen Thor Token kaufen? Dann kaufe ich mir lieber noch mehr Wieschen, damit ich noch mehr Wieschen Thor Token kriege. Es ist für mich nicht logisch, in Wieschen Thor Token zu investieren. Singber, liebe diese Website von Sanremo. Bau sowas bitte auch im Norden. Ex-Rain, nabelnd, kann man nur seine XRP in den AMM packen oder muss man zwingend richtig Geld mit dazu tun? Habt das noch nicht ganz verstanden. In erster Linie heißt es natürlich XRP. Ich gehe aber davon aus, dass du auch zum Beispiel Bitcoin oder auch ein richtiges Geld da hinterlegen kannst. Aber da müssen wir noch warten, wenn das soweit ist und dann kann man schauen. Elia ist 3% gefallen bei Bitcoin und jeder redet von starker Korrektur. Crash oder Knall? Nein, ist es noch nicht. Es ist eine schöne Korrektur, die zackhaft ist, sage ich mal. Es wäre natürlich besser, wenn es jetzt mal so 10-20% richtig runterrauschen würde am Markt. Aber okay, warten wir mal ab. Ich habe zum Beispiel persönlich, muss ich sagen, lieber so eine richtig schöne Korrektur, wo es 10-20% an einem Tag mal runterrauscht, dann die nächsten Tage so ein bisschen hin und her flattert und ein bisschen rot natürlich, immer noch so zwischen 3 und 6% und dann langsam wieder in die richtige Richtung geht. Das zum Beispiel finde ich ein bisschen zum Kotzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wann geht es denn wieder? Bei einer richtigen Korrektur, da weißt du schon, okay, 3-4 Tage und dann geht der Trend wieder umgekehrt. Aber so, schauen wir mal. Maxim Day, guten Abend zusammen. Ich bin so gespannt, wenn XRP von heute auf morgen mindestens auf 500 Euro steigt. Wird er nicht? ich will die Reaktion sehen, wo beiden Seiten, die für XRP und gegen XRP und vor allem auf MC, auf dein Stream, wie ich weiß, du bist auch schon ziemlich lange dabei im Kryptomarkt. Nur ein bisschen. Möge die Macht, dass die Verwendung startet. sie wird kommen. Dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Es wäre Wahnsinn, eher zu denken, dass sie nicht kommt. Aber wie gesagt, jeder hat seine Meinung und ich finde das auch schön. Und deswegen kann man auch darüber reden. Wenn jetzt hier zum Beispiel ein XRP-Hasser auch drin wäre, wo ist Weltglück eigentlich? Nein, der ist ja kein Hasser. Aber ich sage mal so, jede Meinung ist wichtig für mich. Auch wenn es negativ ist. Solange man vernünftig natürlich damit diskutieren kann, ist es auch völlig in Ordnung für mich. Und wie gesagt, sowas nenne ich Demokratie. Elias, eine gesunde Korrektur wäre 20 bis 30 Prozent. Alles andere ist nichts. Na, 10 bis 20 Prozent. Aber 30, okay, aber 10 bis 20 Prozent, da fängt schon eine gesunde Korrektur in meinen Augen wenigstens an. Sicher wäre, die Vermögensverwalter werden sicher nie sagen, jetzt haben sie genug Bitcoin als Sicherheit. MC, die wollen nur wieder mal preiswerter einkaufen. Könnte sein, aber das ist nicht nur wegen den Bitcoin ETFs. Also wer wirklich glaubt, dass BlackRock, der über 192.000 Bitcoins hat oder 196.000, nur wegen den Bitcoin ETFs da shoppt, der sollte sich lieber in der Finanzwelt ein bisschen mehr mal erkundigen. Das ist nämlich für die im Endeffekt in meinen Augen nur eine Art Absicherung. Sanremo, ich glaube, dass die Volatilität weitergehen wird. Bis nach dem Halving. Das war noch nicht der Halving Crash. Nein, da gebe ich dir recht. Nur eine gesunde Korrektur. Ich bin jedenfalls fleißig. Heute Nachmittag hat sich mein Cash Wallet halbiert. Jetzt sollte es wieder hoch gehen, damit ich wieder verkaufen kann. Warten wir mal ab. Ich schätze mal, es wird auch noch. Also vor Dienstag, Mittwoch, nächster Woche rechne ich eigentlich nicht damit, dass die Märkte wieder oder dass der Markt wieder stabil nach oben geht. Aber wie gesagt, das kann im Endeffekt auch keiner sagen. Jetzt eine Chartanalyse. Ist Wahnsinn. Johannes, nein, nein, nein. Basel ist viel schöner. Stempel drauf und zuerst auf den Boden gespuckt. 72 ist einfach gut. Hätte auch Interesse an diesem Bauprojekt. Dann machen wir, wenn wir alle Millionäre sind, in Nanzarote ein XRP Community. Ein ganzes Dorf, in dem man nur mit XRP bezahlen kann. Um Gottes Willen, bist du Wahnsinn? Ich bezahle doch nicht mit XRP. Ich bezahle mit allem anderen, aber nie mit XRP. Neokrypto im März 2017 ist XRP, nachdem Bitcoin ein neues Hoch gemacht hat. Um 10 Mal gemacht. Es wird bald was passieren. Es dauert nicht mehr lange. Schnell und heftig, damit es dem kleinen Anleger es unmöglich, kurzfristig aufzuspringen. Denkt dran. Ich glaube, am 17. März, also morgen, wird ja auch ISO mit den SEPA-Systemen integriert. Nur so nebenbei erwähnen. Im Juni haben wir die Mika-Vorschriften. In Europa. Und der Market Maker ist am 22. März drauf. Oh, haben wir ja noch gar nicht geguckt, ne? Auf den kleinen Schmutzfink. Moment, da weh. Und es sieht immer noch verdammt gut aus. Ihr seht es. Gut, die beiden, wie gesagt, brauchen noch ein bisschen, bis das neue Upgrade draußen ist. Aber Market Maker kommt schon raus. Und sechs Tage noch. Sechs Tage und sechs Minuten. Es wird geil. Es wird einfach nur geil, Leute. Mr. Crypto, wenn alle bei Sanremo kaufen, ist er bald Elon Musk von Teneriffa. Warum nicht, ne? Single Bear, Inselhopping auf den Kanaren. Warum nicht? Sanremo, kein Problem. Wenn genügend Käufer da sind, kann ich auf jeder Kanareninsel bauen. Auch im Norden. Brigade. Hey, MC und XRPler. Grüß dich. Single Bear, lieber diese Erdhäuser-Konzept. Mit der Photovoltaikanlage von Sanremo. Ah. Mr. Crypto, ich denke, der Peak kommt erst Q2 25. Müssen wir gucken. Es kann so viel auf der Welt passieren, dass wir gar nicht irgendwie vorhersehen können, wann ungefähr der Höchststand erreicht wird, weil wir haben nun mal eine sehr instabile Weltwirtschaftssituation, Finanzwelt, alles. Wenn das zusammenbricht, ich weiß nicht, wie der Kryptomarkt reagiert. Das einzige Positive, was wir wirklich haben, wenn alles zusammenbricht, ist, dass wirklich die ganze Welt die digitalen Vermögenswerte, jetzt die nationalen Vermögenswerte, die CBDCs, nicht will. Und das ist natürlich auch einer der Gründe, warum viele dann in Bitcoin zum Beispiel jetzt natürlich investieren. Johannes, na dann auch noch liebe Grüße und ein Herr Löhle an alle, die mir, die mich gegrüßt haben. Wer grüßt dich denn? Hallo? Bern, CBDC ist, sind blöd. Wir werden komplett kontrolliert von der Regierung. Alles wird sich verändern auf der Welt. Bernd, dann habe ich eine Frage. Warum hast du dann XRP gekauft? Weil das System, was der XRP-Ledger natürlich darstellt, ist das perfekte Überwachungssystem in der Finanzwelt. Muss man ganz klipp und klar sagen. Sanremo, leider nicht, da die Gewinnspanne gering ist, als wenn ein Makler eine Immobilie vermittelt. Mein Ziel ist es, den Kaufpreis so niedrig wie möglich zu halten. Wenn ich mir die da angucke und dann die Preise dazu, muss ich dir ganz ehrlich sagen, bist du eigentlich spottbillig. Qfox, One Moon, 100 Dollar. Warte mal ab, 24. XRP 23, wo XRP 25? Wenn die Verbindung da ist, 771 Dollar könnten passieren. Johannes, doch, doch, ich war von Anfang an da, aber eben auch Mitch und der kommt bei mir an erster Stelle. Sehr gut. Aber nach dem Geschmuse von ihm habe ich mich ja eingeklinkt. Rellycoin, ich bin froh, dass wir diese Ausnahmen hatten. Das war die Gelegenheit, seine Emotionen in Geduld zu üben und man konnte schon mal probieren oder überlegen, wie man im Ernstfall handelt. Auf der Arbeit sage ich immer, es ist nicht zur Strafe, sondern nur zur Übung. Ja, so kann man es auch sehen. Das ist auch nicht schlecht. XRP, Heiko, gibt es eigentlich einen blauen Schlumpfcoin? Sorry, ich musste das loswerden. Könnte mich nicht zurückhalten. Du wirst lachen. Ja, es gibt ein Lumpfcoin. Habt mir damals überlegt, da auch reinzugehen, ne? Andi, der wäre es gar nicht. Smurf, Smurf, Smurf. Irgendeiner ist auch auf den Markt gekommen. Den sehe ich jetzt hier nicht. Aber es gibt, ne? Du siehst ja. Smurfcat. War das der? Könnte auch der gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, irgendeiner ist da reingegangen und da dachte ich, oh geil, den muss ich mir eigentlich holen. Ja, das war der. Letztes Jahr. Aber, ihr seht, ich hätte auch gute Prozente machen können, ne? Bin ich aber nicht. Weil das sind auch für mich Mimicoins und, äh, oder Token und da gehe ich nicht rein. Das mache ich nur, wenn wenn XRP Heiko seine bessere Hälfte mir später Tipps gibt. Dann gehe ich rein. Zingere, wir brauchen sicher nicht CBDCs, um von den Regierungen kontrolliert zu werden. Wir werden doch schon seit Jahren kontrolliert. Warum also die Angst? Da hast du recht, aber, ähm, im Moment, was das Fiat-Geld-Prinzip ja betrifft, es ist ja noch Freiheit, ne? Man nimmt uns ja noch nicht das Stück Freiheit weg. Das nimmt man weg mit CBDCs, im Endeffekt damit so gucken können. Ich persönlich habe davor keine Angst, dann sollen sie es eben machen. Ich habe nichts zu verbergen. Aber im Moment ist es ja noch so, dass du wirklich zur Bank gehen kannst, nimmst du 100 Euro oder 1000 Euro, hebst du ab, wenn du noch eine Bank findest, die das machen mit dir. Und, ähm, du kannst sie einfach so verballern. Kein, kein Staat, kein Finanzamt kriegt mit, was du mit dem Geld machst. Das hört mit CBDCs natürlich auf. GoFoxMC, seit einem Jahr bin ich bei dir auf Twitch dabei. Fast gib mal so eine bombastische Nachricht dafür. Mehr will ich nicht. Was, was soll ich dir denn noch geben? Was möchtest du denn hören? Du solltest es eigentlich jetzt mittlerweile über die zwölf Monate gemerkt haben, dass der XRP-Ledger wirklich der Kern der neuen Finanzwelt ist, die gerade auf der Welt integriert wird. Singe Bär, deswegen sollte man auch solche Dinge wie Gold und Silber haben. Das können sie machen, was sie wollen. Können sie machen, was sie wollen. Das ist ja Papa Smoothie. Emhan, gibt einen Smoothcoin? Ja, klar. Gibt mehrere. Gibt auch einen Bugs Bunny Coin. Kufox, also zu XRP eine Nachricht. Mich jucken andere nett. Naja, im Moment musst du das so sehen, dass für XRP direkt eigentlich kaum richtige Nachrichten sind. Die betreffen im Endeffekt ja immer nur das System und Ripple. Und das musst du immer alles als Vorbereitung sehen. XRP 23, was weißt du über SSC und Ethereum? Andern Anwandlung und Pöschchen Vergabe. Achso, Anwandlung und Pöschchen. Naja, Ethereum hat einen Freifahrschein von der SSC damals ja bekommen. Ganz klar. Empower Overwatch ist ja auch schon dabei, die Organisation und deckt so einiges auf und es könnte ganz böse für die SSC natürlich enden. Für Ethereum auch, muss man ganz klar und klar sagen. und muss man abwarten, ob da wirklich was rauskommt, weil man muss auch bedenken, das ist politisch und da sind wirklich auch die Großen mit involviert und ich gehe immer wieder davon aus, natürlich, die werden irgendwann eine Marionette haben, die sie vorschieben, die das dann war, aber die richtigen wirst du nie an die Eier kriegen. Johannes, nee, nee, solange ich kann, möchte ich den Abend mit euch verbringen, aber irgendwann ist es soweit und ich werde einen Stream verpassen, das ist dann auch nicht so schlimm, ich mache es dann wie die Kurse, nach dem Bärenmarkt, ich fange halt unten wieder anzusteigen. Ja, warum nicht, ne? Dann ja, doch so, nun bin ich auch da, hallo, habe ich was verpasst, MC? Ja, eigentlich schon, ne? Newsmäßig war gar nicht mal so verkehrt, also, könntest du vielleicht zum Schluss dann nochmal anzugucken oder morgen früh auf YouTube. Mike, hallo, mein Sahnetörtchen, bin mit Freunden am Essen, aber ich höre alles nach und einen schönen Stream Dankeschön und schätzele, dann über es dich mal nicht, nicht, dass du zu viel in dein Bäuchlein kriegst. Johannes, ach Leute, ich habe auch kein Geld mehr, muss warten, bis die Kunden ihre Rechnung zahlen und dann könnte auch wieder etwas für die Coins überbleiben, mal schauen. Natürlich, und das ist nicht die letzte Korrektur, aber ganz ehrlich. Single Bear, also ob man den Großhandel jemals verbieten sollte, das hat man auch in den 30ern in den USA ersucht. Und was haben die Menschen gemacht? Sie haben es einfach für eine gewisse Zeit vergraben. Cofox MC, was denkst, bis wann kann man investieren, um steuerfrei auszahlen zu können? Also sicher ist auf jeden Fall das Bitcoin Halving das Datum, also nächsten Monat. So und ganz ehrlich, nehmen wir an, du investierst im Juni, Juli, August auch noch, obwohl das Halving schon war. Und das, was du investiert hast, sagen wir mal, es sind insgesamt 1000 Euro und nur allein die Positionen, mit denen du investiert hast, die 1000 Euro Einsatz waren, machst du 10, 20.000 Euro. Und da musst du deswegen Steuern zahlen, deswegen würdest du nicht investieren, obwohl die Kurse in dem Zeitraum noch unten waren. Ich weiß nicht. Ich sage dann ganz ehrlich, hier, bitteschön, Start, kriegst den Gewinn davon ab. Dann ja, ich fasse es nicht, ich sitze noch auf den Einkaufskurs von ca. 56 Cent bei XRP fest. Das ist schon enttäuschend. Zwei Drittel habe ich noch teuer gekauft, bis zu 1 Euro hoch. Also schöne Minus. Und? Stört dich das? Du weißt doch, was kommt. Sanremo, Evergrande ist schon Geschichte. Die Abwicklung würde vom Gericht angeordnet. Ich weiß, dass eigentlich sie noch ins Berufungsverfahren gehen wollen. Bis das im Markt richtig ankommt, dauert es noch ein paar Wochen. Goofox, wenn deine Tochter wissen würde, dass die nicht arbeiten muss. Nee, nee, Moment, Moment, die muss Schule beenden, die muss studieren oder Ausbildung machen, ist mir egal, sie muss ins Arbeitsleben auf jeden Fall mal ein bisschen schluppern, damit sie weiß, wie toll das ist. Ich bin keiner, der sagt von wegen, Och, Töchterle, du bist 18, du brauchst nicht arbeiten. Nein, ich muss durch den Schmutz, da muss meine Tochter auch durch. XRP gehört zu den Commodities Bestätigung von European Corporation Governance Institut. Ein ECGI Forschungspapier bestätigt, dass den Status von XRP als den Communities zugehörig und folgt damit der Auffassung der US Justiz. Das Urteil des Bundesgerichts schafft Klarheit über die Klassifizierung von XRP und unterstreicht seine Bedeutung für das Verständnis der Einhaltung von Vorschriften. Hatten wir gestern. Trotzdem danke. Sennanjack wäre richtig cool, wenn der Preis nächste Woche auf 50 Cent fällt. Hab da noch ein Limit Order zum Nachkaufen. Ich glaube so drastisch wird er nicht sinken. meine gut, kann man nicht sagen, wenn Bitcoin natürlich extrem sinkt dann gut das XRP schreit ja meistens eigentlich immer als erstes hier ich bin besser als ihrem sinken. Schauen wir mal. Single Bear kann sicher passieren, XRP noch auf 50 Cent fällt. Das ist möglich. QFox wann ist Bitcoin Halving? War das der 17. April? Wo habe ich den denn? Da nicht? Da nicht. Nächstes Bitcoin Halving. da. Zurzeit ist es auch der 18. April. Also zwischen den 14. April und 20. April. Das variiert natürlich auch immer. Mache ich hier mal rein, dann habt ihr auch eine Bitcoin Uhr. Single Bear Veracity hat sich potenziell bis zu 40 bis 60 Cent. Potenzial bis zu 40 60 Cent. Vielleicht sogar noch schlimmer. Aber das muss man warten. Das wird der Bullenmarkt entscheiden. XAP Heiko Ich glaube Sanremo bekommt einen Haufen Kunden nächstes Jahr. Das könnte leider so der Fall sein. Das Schlimme ist wenn wir zum Beispiel es läuft alles perfekt und wir freuen uns richtig. Wir sagen dann wir können mal sechs Monate abschalten und mal richtig schön auf der faulen haut liegen. Sanremo wird das Problem haben er muss dann richtig knüppeln. Aber selbst gemacht ist leid dann. Goofox XAP Heiko XAP Staking soll ja ab dem 22. 3. gehen habe ich heute gelesen beim AMM. Okay aber ich weiß immer noch nicht genau wie das funktionieren soll weil wie gesagt ich werde ein Teufel tun und meine XAP zum AMM hinschicken das ist mir noch zu risikoreich weil ich einfach nicht weiß wie das funktioniert das werde ich mir dann erstmal angucken ich abend wieso kommt man tor tocken muss man da was besonderes für machen ja du musst die deine v-chain auf ein hardware wallet halten entweder auf dem descent oder auf dem ledger ich glaube auf tang geht das auch da musst du die v-chain einfach nur hinschicken natürlich vernünftig die richtige v-chain adresse und dann bekommst du automatisch die v-chain tor token zugesendet weil die brauchst sie auch für transaktionen das ist ein geschenk von der v-chain foundation jeden tag weil du v-chain hältst single diversity hatte doch schon ein ATR von 19 java 8 komm mal was nimm 19 das sind ein 5 bis 7 mal nichts von vom alten ATR ja aber es wird noch schlimmer aber wie gesagt haben auch mehr Partnerschaften wie gesagt habe ich gestern ja auch gebracht 200 publisher mit denen sie jetzt auch reden da könnte vielleicht ja auch sowas wie youtube und twitch dabei sein wo die gerüchte sich immer noch hartnäckig halten dann die 100 milliarden die dann ja verschwinden werden beim supli die sie auch wegnehmen wollen und es sieht verdammt gut aus mit dem system brilli coin heute habe ich mir ein paar infos zu vpn anbietern im internet gesucht weißt du was ich entdeckt habe alle wirklich alle bieten das bezahlen mit bitcoin ethereum und auch mit dem nichts nutz xrp komisch ne weil warum gerade xrp wenn man sich mal überlegt das ist der schmutz coin überhaupt der wird ja nie wert haben wie alle mal sagen warum sollen die dann xrp als zahlungsmittel annehmen ist immer so merkwürdig olli hallo mcs chat ist heimatgefühl angekommen stabilität und sicherheit der chat ist familie ok startampe der chat ist community und wir werden wohl alle eine familienfeier feiern ja so können wir es aussehen ne olli warum geht es gerade runter im scene normale gegenreaktion vermute ich würdest du mit nachkaufen noch etwas erwarten wie gesagt ich habe xrp gekauft und da ist der preis mir scheißegal gestern ganz ehrlich bei den anderen weiß ich nicht im endeffekt ich habe ja gewisse prognosen wo ich sehe die coins was sie vielleicht erreichen könnten natürlich und selbst da von dem jetzigen punkt wenn es immer noch wahnsinnige prozente und gewinne die sie abschmeißen werden warten müsst ihr gucken und ja es ist eine normale korrektur sage ich mal leider nicht eine so super gesunde weil der magnium 10-20% auf einmal runtergerutscht ist aber es läuft und weiß weiß ich nicht ob du also ich persönlich kommt ja auch drauf an was du kaufen willst dann jator will allen mut machen habt nun zwei stunden von drei vom werbelbull sein xrp video gesehen also alles spricht für xrp das und das beste dieses jahr eures ATH möchte ich nicht abstreiten aber ich sehe da ein bisschen mehr als nur ATH Olli bei crypto.com seit langem nicht mehr gekauft etwas teuer aber von Handling absolut einfach Einzahlung per Sofortüberweisung ist sofort da und kostet nicht mehr 1 Euro die einen früher abgezogen werden ok aber ich habe auch schon ewig nicht mehr bei crypto.com gekauft muss ich auch sagen da dran Mensch ich habe das Video von bärbelbull immer noch nicht geschaut ist aber für mich anstrengend weil nur schulenglisch von vor 40 Jahren du kannst aber auf youtube umstellen auf deutschen untertiteln bei nur 21 millionen bitcoin ist das wirklich ein guter wertspeicher so wie gold und silber richtig kann man absolut nichts gegen sagen habe mal nachgefragt wie viel bitcoin für immer verloren sind ki sagt dazu das wäre schwer zu sagen aber wenn aber man redet von 20 bis 40 prozent aller geschürften bitcoins 40 prozent finde ich ein bisschen hoch ich würde schon eher sagen so 10 bis 20 prozent könnte ich mir vorstellen na klar 40 prozent oder 30 prozent finde ich schon extrem hoch sanremo mc bin gespannt an wirklich viele wochenenden ist es so wenn der kurs am samstag zum beispiel fällt steigt er am sonntag wieder meist sind die wochenenden ziemlich ausgeglichen sehe das an einem tabellen und beobachte das mal sehen ob es morgen wieder auf das ausgangsniveau von samstag früh geht brilli coin schau einer von vielen zahlung paypal paypal ja aber wieso denn wollen die xrp haben weil mal ganz im ernst damit machst du doch keinen gewinn auch als unternehmen du kriegst die xrp und bei bitcoin die them könnte man sagen ja okay dann halten die das eben auf ihrer wallet für ein paar jahre wenn jetzt wieder bärenmarkt wäre und dann würden sie richtig fette gewinne damit machen aber bei xrp siehst du doch xrp ist doch müll wie kann man so etwas sich dann holen Dankeschön da wollen wir nicht umgekehrt gilt das natürlich auch entspannt bleiben sage ich immer wieder ollie wenn du eine wallet zum vererben anlegen würdest was würdest du drauf packen soll möglichst sicher und viele jahre sein würde 70 xrp und 30 bitcoin drauf packen was denkst du da hast du doch den besten wertspeicher der welt ist für mich bitcoin tut mir leid und xrp naja gut wenn wir jetzt bedenken das alte zahlungsnetzwerk wie lange läuft das schon 60 70 jahre mit der xrp ledger auch dann mr crypto bedeutet mit dieser iso integration werden die banken morgen abend das licht anhaben bzw muss die it abteilung überstunden machen wie unsere getränkehändler mal meinte im Endeffekt müssen nur zwei nationen es hinkriegen die anderen haben es ja schon es wurde ja verschoben weil zwei nationen es nicht geschafft haben und eine davon naja gut da atme ich die luft aber es bedeutet nicht automatisch dass natürlich jetzt ripple technologie zum einsatz kommt weil a wir uns fehlt der market maker nun mal leider und b erst im juni kriegt ripple die und nehmen wir mal an kriegt ripple die kompletten lizenzen für die europäische gemeinschaft für die nation aber im Endeffekt kannst du sagen ab da sind alle europäischen banken dank iso mit dem ripple net verbunden weil sie eine verbindung dazu haben so wenn ich vor der ein jahre haltefrist verkaufe muss ich ja steuern zahlen das ist korrekt zahlst du dann eigentlich direkt nach dem verkauf die steuern oder erst zum jahresende soweit ich es weiß sind es 25 prozent steuern in deutschland nein du musst es mit der einkommenssteuer erklärung natürlich machen also nicht nach dem verkauf und die 25 prozent sind kapital ertrag steuer dann das ist es leider nicht und da ist auch variiert natürlich nach kirchensteuer und solidarität zuschlag gibt es da in dem bereich natürlich auch noch aber was kryptoverkäufe betrifft digitale vermögenswerte musst du leider deinen persönlichen steuersatz nehmen und da musst du mal gucken wie hoch dein persönlicher steuersatz war verdienst du natürlich viel geld hast natürlich einen sehr hohen steuersatz 900 glaubst du wie schön steigt dieses Jahr noch auf über 50 cent also ist schwer zu sagen aber ich denke im bullenmarkt wird der 2 bis 3 dollar schaffen xrp cbdc ist das problem dass sie programmierbar sind also ihr wart im mc stream dann sperre ich einfach dein konto und du darfst keine pizza hawaii mehr kaufen und so weiter das ist das problem ihr guckt zu viel nach china ich meine da ist es wirklich nicht ganz ohne da gibt es ja auch schon tests mit cbdc mit ablauf datum sprich du musst wirklich ich sag mal du kriegst am ersten dein gehalt und ab 30 ende des monats letzter tag muss das komplett weg sein weil sonst wird es einfach gelöscht solche tests gibt es wirklich schon in china in einer demokratie wäre so weit was unmöglich außer natürlich wir würden hier über terrorfinanzierung oder illegale geschäfte machen dann ist es auch vernünftig muss ich ganz ehrlich sagen dass man dann erstmal das einfriert aber alles andere wenn wir in einem Diktatorstaat würde ich ganz klipp und klar sagen hast du zu 100% recht da ist cbdc noch übler als bei uns aber jetzt zurzeit beim jetzigen Status würde ich sagen ist es ja noch nicht das problem startrampe innerhalb der haltefrist ist der persönliche steuersatz aber immer eine steuerberater zur rate ziehen richtig immer ein steuerberater ich kann vielleicht nur hinweise geben aber hinweise sind können auch falsch sein deswegen immer wenn ihr zum beispiel ein paar euro gemacht habe ich die ihr dann verkauft hat und oh kacke das war ja doch noch nicht steuerfrei dann habt ihr auch 300-400 euro für ein beratungsgespräch beim steuerberater sollte man sinnvoll dann auch machen xrp ripple prozess wird in harvard diskutiert alles wartet auf entscheidenden ssc schriftsatz der rechtsstreit ssc ripple wird in den usa zum präzedenzfall werden und auch andere staaten werden sich daran orientieren jedenfalls wird er weltweit verfolgt das langjährige verfahren ist geschäftsschädigend für ripple denn der xrp kurs spiegelt keinesfalls den wert des unternehmens sondern liegt vermutlich weit darunter also ich finde das ein bisschen scheiße was heißt also erstens es ist kein präzedenzfall so gesehen es geht ja jetzt nur nur darum was muss ripple bezahlen und das entscheidet die torres beide seiten dürfen natürlich noch ihre schriftsätze rausbringen bla 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 und dann entscheidet die torres ripple ist schon fertig im endeffekt weil sie sind ja auch schon bestraft nur es geht um die höhe dass sich viele staaten daran orientieren das denke ich eher weniger weil viele staaten orientieren sich schon lange nicht mehr nach der usa es ist nur ein kontinent der immer noch so blöd ist dann der xrp kurs nein der hat damit überhaupt nichts mehr zu tun der war vorher natürlich weil da war ja noch nicht geklärt ist xrp ein wertpapier oder nicht an börsen das ist ja geklärt und von daher ich sehe das ganz entspannt und wie gesagt mich interessiert am prozess nur noch was ripple bezahlen muss das will ich unbedingt wissen graf olav flammkuchen nach elsässer art einfach nur mit speck zwiebeln und sour cream also wenn du willst dass ich hier gleich anfange zu essen dann mach ruhig weiter startrampe so schinkennudeln auflaub ist verdrückt nun ist mir halb schlecht ja dann musst du ein schnäpschen dazu trinken graf olav hauch dünn und genau nach rezept ohne abweichung ein bisschen pfeffer und salz wäre auch nicht schlecht johannes also am 27 juni habe ich das gefühl dass wir einen xrp kurs erreichen von 60 dollar denn dann werde ich auch 60 jahre alt und das würde doch super passen oder dann locken wir das ein 27 juni 60 dollar kann ich ja noch sagen liebis alt alles fällt hab heute ein xrp gekauft ja und heute fällt alles morgen hast du 771 dollar bei xrp was sagst du dann deswegen da muss man sich nicht verrückt machen aber freu dich doch einfach dass du mehr xrp jetzt besitzt das ist doch erstmal schön und das ist ja das was wichtig ist später wenn du verkaufst die zahl die du hast an xrps natürlich ist es schlecht weil jetzt hast du gekauft morgen mit der gleichen summe hättest du vielleicht ein paar xrps mehr gehabt vielleicht hättest du 1,5 oder 2 xrps sogar gekriegt das ist das einzige was mich immer aufregt dass die kurse fallen nicht aber scheiße hätte ich mehr gekriegt zum beispiel ich habe gestern gekauft und scheiße hätte ich jetzt gekauft hätte ich mehr gehabt so schauen wir mal ich habe 62 cent gekauft und was haben wir 61 naja gut ist noch nicht so dramatisch aber trotzdem hätte ich ein paar xrps mehr gekriegt das ist das einzige was mich meistens nur aufregt nicht dass der kurs unten ist oder dass mein vermögenswert weniger wert ist ist mir scheißegal single bear muss dich enttäuschen johannes aber das wäre viel zu früh dass xrp am 27 juni auf 60 dollar ist vielleicht 6 dollar nehme ich aber auch schon dann werden die 6 dollar aber wegen verwendung ah mr crypto bitcoin kämpft gerade um die 67 000 dollar ja warten wir mal ab es kann nur besser werden olly veracity war wieder unter 1 cent ja und soll ich deswegen bubu machen oder weini weini nein lass ihn doch der holt nur wieder genug luft und damit er wieder durchstarten kann sanremo ich habe ein paar jahre vorsprung mit herum lümmeln xrp heiko das amm staking ist ein honeypot aber wie das heißt wir sollen alle unsere xrp da reinstecken ist das nicht merkwürdig dass man jetzt versucht auf die art und weise von den anlegern oder investoren die xrps zu bekommen also ich bin was das betrifft sehr skeptisch auch wenn das scheiß ding auf dem xrp ledger läuft auch wenn da natürlich hier und da alle schon schreien das ist der geile bringer überlegt mal warum sollen alle ihre xrps da reinballern da könnte man auch bitcoin reinstecken da könntest du auch einen anderen vermögenswert reinstecken warum sollen wir dann extra xrps da reinstecken also das ist schon in meinen Augen ein bisschen spooky ups das system ist mal ausgefallen der market maker war doch nicht sind Fehler aufgetreten und schnick schnack xrps sind alle weg darüber muss man sich gedanken machen wie gesagt solange ich die nicht absichern kann mit dem hardware wallet werde ich da keine reinstecken single mehr das problem ist eher dass die bauphase sicher 12 bis 18 monate sein wird bis alles fertig ist also anfang 26 macht doch nix solange kann ich mir eine mietwohnung nehmen und fertig sanremo wer dann schon hier bleiben will kann inzwischen etwas mieten also kein problem mensch ich bin ja doch nicht so doof wie ich auch sehe sanremo um 17 42 eurer zeit war bitcoin schon unter 67000 xrp ich war heute bei meinem bruder er hat auch 3 xrp ich meinte jetzt hast du bei 50 cent eingekauft sei doch froh wie er jetzt erstmal steht in spätestens zwei jahren sind wir bei 1000 euro er meint nur ich spinne ich dann warum hast du dann gekauft ja das ist wirklich eine gute frage ne weil aber gut vielleicht denkt er auch nur an das ist allzeit hoch aber okay das wäre ja auch noch ein guter prozentsatz von 50 von 50 cent dass man dann da verkauft warum nicht kufox was ist dein xrp preis mit denen du zu 100 prozent dieses jahr rechnest mc habe ich keinen sage ich ganz ehrlich ich bin froh wenn wir 5 bis 10 dollar haben dann weiß ich okay in der marktsituation die wir jetzt haben ich kann ja nur vom jetzt erstmal reden ich weiß ja nicht was in zukunft ist weil wie gesagt die welt ist sehr instabil was das betrifft und wenn wir 5 bis 10 dollar sogar nur erreichen würden weiß ich okay mit der situation die wir jetzt haben ist verwendung ich lehne mich zurück und dann gibt gas baby xrp wir haben keine demokratie wenn schon eine parlamentarische demokratie ich frage mich dann nur warum wir im namen unseres landes dann republik stehen haben demokratie ist demokratie auf die eine oder andere art und weise man kann sich das biegen wie man will hier hast du sie gerade jetzt was da draußen ist lassen wir da draußen aber da gebe ich dir im endeffekt recht weil wenn jemand im moment in dem land wo ich erlebe in d nicht der Meinung ist die die Masse vertritt oder die Medien vertritt ist man ja gleich unten durch das ist für mich keine Demokratie es tut mir leid in einer Demokratie darf jeder seine Meinung haben auch wenn es dem anderen nicht gefällt darf sie auch frei äußern solange es natürlich nicht gewisse Gruppen beleidigt oder Volksgruppen diskriminiert sondern nur seine freie Meinung sagen so wie ich wähle die und die und ich finde die aus dem und dem Grund auch okay finde ich nicht schlimm aber heutzutage wird man ja dann gleich schon ja als sonst was abgestempelt wo ich sage das ist keine Demokratie mit einer Demokratie darf jeder seine Meinung sagen man kann auch darüber vernünftig auch diskutieren und nicht gleich einen mit Gewalt drohen oder zum Beispiel Kontosperren wäre dann natürlich gleich sehr schnell und einfach bei CBDC da gebe ich dir recht denke auch dass der Bullenmarkt Ende 25 Richtung nächsten Bärenmarkt übergehen wird normalerweise wenn es so kommen würde sage ich mal dass wir den Bullenmarkt starten so Herbst so ab Oktober November dieses Jahres bin ich ganz bei da sehe ich auch Ende 25 ist absolut drin dass dann der Bullenmarkt in den Bärmarkt übergeht aber das ist ja so das spannende das kann im Ende Effekt im Moment keiner genau sagen weil wir haben diese Sondersituation mit dem blöden Bitcoin EDS das ist das Problem und auf der anderen Seite haben wir die Finanzwelt die kurz vorm Kollaps ist das ist auch wieder so ein Ding wo ich denke warten wir einfach mal weil der Kryptomarkt hat diese ganzen Scheiße auf gut Deutsch noch nicht einmal gehabt das kommt ja jetzt erst und ich muss sagen im Bärenmarkt mit der Inflation mit Pandemie Quatsch und schlechter Wirtschaftsleistung weltweit hat er sich verdammt gut gehalten muss man sagen Johannes ach ja mit den Steuern habe ich auch festgestellt dass ich mal arm dran bin denn je mehr Vermögen ich habe umso höher ist die Steuer es kann also so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe sein dass ich fast 1% Vermögensteuer zahlen muss so ein Mist wenn jemand das hört der ihn noch nicht kennt er ist in der Schweiz es hat nichts mit anderen Nation zu tun und ja die Schweizer sind wirklich arm dran was Steuern betrifft in der Hinsicht sind sie ich glaube sogar ganz Europa sehr positiv für ihre Bevölkerung Doc Azarola ich weiß wie du es das umgehen kannst Johannes gib mir einfach dein Vermögen aufpassen ich glaube in der Schweiz gibt es auch Schenkungssteuer Olli wie hoch ist die Chance dass XRP über 10 Dollar noch in diesem Jahr notiert was hältst du von dem netten Mann im NTV der XRP regelmäßig abfeiert kommen gerade nicht auf den Namen MC ist das nicht der Michael vom Aktionär wie hoch die Chance ist dass XRP 10 Dollar erreicht also ich tippe mindestens auf 100% Tut mir leid also ich gehe wirklich davon aus dass 100% die XRP dieses Jahr die 10 Dollar auf jeden Fall schafft Ende 25 warum nicht 10 Dollar wenn wirklich alles perfekt läuft nein Ende 25 da reden wir von ganz anderen Summen aber wir werden sehen XRP wir machen ein XRP WG auf Teneriffa bis jeder sein Häuschen hat da können wir uns machen es doch ganz einfach wir gehen in den Süden von Teneriffa da ist es ja eh warm dann mieten wir uns einfach eine Lagerhalle bauen Hochbetten rein einen Schlauch wo wir uns abspritzen können sprich abduschen können das reicht doch oder Sanremo du gehst immer noch nicht von der Verwendung bei XRP aus das ändert alles darum sind Prognosen von 100 durchaus glaubhaft ja genau so sieht es aus Levis was war noch mit Ripple oder XRP am 17 oder 18 März gar nichts am 17 und 18 oder war da irgendwas mit dem Prozessor kann sein dass ein Rechtschreiben wieder fällig wird aber am 17 und 18 März wird das SEPA System mit ISO integriert also integriert sprich dass alles mit dem SEPA System auch über das ISO Messenger System dann funktionieren sollte also dieses Wochenende oder Montag ich meine 17 war das würde eher passen und 18 können sie starten Sanremo und jeder kann sich so ein Haus kaufen wenn er dafür 4.000 bis 5.000 XRP jetzt auf die Seite legt überleg mal wo kannst du dir ein Haus für um 3000 Euro kaufen 300.000 3000 Euro wäre ein bisschen wenig nicht stimmt im Moment ist es unmöglich außer du gehst in eine Gegend wo du nicht wenn es dämmert rausgehen möchtest in Deutschland daure hallo an alle in die Runde und dir MC heute nur kurz höre morgen alles an danke schön und schön dass du trotzdem da warst Sanremo die besten Schweinshaxen gibt es im Wiener Prater im Schweizer Haus Pflicht bei einem Wien Besuch Olli MC was hältst du von Kasper nix deswegen habe ich ihn nicht er macht natürlich gute prozente aber für mich ist das system nicht interessant muss ich ganz ehrlich sagen es gibt nicht viele projekte wo ich sage okay die sind interessant für mich wo ich wirklich auch zwei Jahre durchhalte und Geld reinstecke single wir holen mir 40.000 xrp dann behalte ich eine finca paradiso und die anderen neuen fincas kann ich an deutsche rentner und spanier vermieten damit will ich nichts zu tun haben mit mieter aber warum nicht xrp eiko wusste gar nicht dass es eine wallet versicherung gibt falls mein seinen key nicht mehr weiß es gehackt wird etc kommt drauf an ob sich sowas lohnt ne single bear gibt es nicht mc schenkungssteuer okay ich frage mich langsam wirklich wie macht die schweiz denn ihr geld von den bürgern singel mc sanremo meint mit 3000 den kaufpreis für die 5000 xrp ach so ah alles klar sanremo nee ich meinte jetzt 3000 euro in xrp investieren dann ist das der kaufpreis vom haus xrp muss nur auf 100 steigen ah ja okay da da ist zurecht lewitz mc mit dem neuen update kommt auch price oracle auf den xrp ledger ist gerade im pre-release ja aber ich habe daran kein interesse weil alles was so den xrp ledger betrifft und alles warum sollte ich da in andere projekte investieren die darüber natürlich laufen ist auch okay wenn ich doch das sahnesstück mir kryptos seit ich investiert bin aus drei börsen hätte einmal einen ledger gekauft bin aber technisch so eine niete und ich habe es nicht geschafft die auf meinen ledger zu transferieren jetzt habe ich mir ein tangem bestellt mal gucken ob ich es mit den hinkriege weiß jemand wo man sich support holen kann also ich meine jemanden der das einem erklärt vielleicht auch zu hause also einfach ist es muss man ganz ehrlich sagen dafür ist sowas wie youtube ja gut guckt doch einfach daran tangem einrichten hardware wallet einfach oben eingeben in der suchleiste dann siehst ja genug videos und dann einfach ganz genüsslich stück für stück das machen so wie diesem video vielleicht erklären auch zwischendurch weiß ja nicht ob du raucher bist eine mal qualmen gehen damit damals eine ganze schachtel verraucht ich habe eine ganze stunde gebraucht und ich habe ganz entspannt das dann gemacht deswegen immer locker bleiben johannes lagerhalle nein ich dachte an ein einfaches hotel so circa drei sterne mehr nicht sonst ist es wieder zu viel schischi aber das wäre toll so ein xrp hotel bis unsere häuser fertig sind aber bitte die häuser nach dem alter fertig stellen je älter der käufer umso schneller bekommt er sein haus gell remo ach so jetzt willst du auch noch extras haben toll ich muss warten obwohl nee eigentlich nicht ist eine gute sache wenn du mit 60 natürlich nehmen wir mal an dann ist es soweit dass dann fertig kriegen würdest ich wohne ja sowieso in der besenkammer bei dir also von daher ist okay das problem mit der finca ist nur dass man in der woche eine gewisse stundenanzahl arbeiten muss was man was macht man wenn man zum beispiel fünf bis sechs monate im jahr durch die welt reisen will bali thailand und camping tour durch europa ist kein problem du bezahlst mich in xrp und ich übernehme deine stunden dann da habe ich mehr zu tun und alles gut gartenarbeit ist kein thema für mich ich glaube der der kommt april raus also xrp ledger 2.2 0 ja da denke ich auch das ist jetzt warten sie erstmal auf den market maker bis der durch ist und dann hauen sie das system auch noch durch olli hoch ich müsste schneller schreiben mc ist schon nah dran ich bin schon längst dran wenn ich will 72 ist einfach gut hab es auch mit youtube video nicht hingekriegt bin wirklich niete in technik ich bastel lieber hast du jemanden der das ne das geht nicht mit den sicherheits passwörtern und alles das wäre auch schlecht weil ich vertraue da niemandem von daher kann ich ja niemandem sagen von wegen hast du vielleicht ein enkelkind oder sonst irgendjemand in deiner nähe der ein bisschen was drauf hat der dann das dann machen könnte für dich auch eine schlechte idee dann wirklich reiner bonus für mich 72 ist einfach gut nicht drei stunden heute nie heute nicht das können wir dann ab nächsten samstag machen moment ja nächsten samstag da sitze ich auch bequemer ich sitze auf dem klappstuhl hier johannes so wie ich es glaube kannst du auch jeden monat etwas zahlen und dann musst du nicht im garten arbeiten die würde bei mir ja auch nicht gehen von meiner gesundheit her nix schnack ich mache übernehmen eure arbeiten einfach ich habe kein problem damit zahnremo wenn du die fünf stunden nicht arbeiten kannst oder willst zahlst du 10 euro pro stunde dann macht die Arbeit ein anderer geil dafür kann ich mir einen kasten bier kaufen eine bratwurst kriege ich hin mache ich die für die wie mc wie viel transaktion pro sekunde müsste der xrp verarbeiten können da gab es ja mal einen validator der 3000 transaktionen pro sekunde getestet hatte oder waren es 3600 es waren 3600 aber wie viel er pro sekunde machen müsste naja bank äh nicht ähm american express ist ja auch partner von ripple und die haben mal gesagt die brüchten mindestens 12.000 bis 25.000 damit sie das system mit dem xrp ledger verwenden können pro sekunde die wenn es losgeht wenn es losgeht dann über einen quanten computer laufen wird und das ist sowieso vorbei kann keiner ihn mehr hacken xrp 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 heiko xrp heiko bis montag wünsche ich dir natürlich auch und ja morgen ist ja frei für mich außer es passiert irgendwas sehr außergewöhnliches dann würde ich live kommen aber ein morgen ist auch noch alles entspannt ollie ist eigentlich sicher dass alle projekte die jetzt im bull run gut sind zum beispiel wie schön und veracity im nächsten bull run mist sind nein also ich kann es mir nicht vorstellen dass die nächsten bull run mist sind startrampe wir lassen es einfach mal überraschen wie und wann es losgehen wird mit unserem shitcoin je früher je lieber aber lieb leider haben wir da keinen einfluss drauf richtig außer ich mit meinem bruder wascher immer wenn xrp pumpt müssen wir davon ausgehen dass der markt danach dammt seit jahren ist es so xrp will nicht unter 55 cent deswegen pumpen sie vielleicht brauchen sie auch die marke von 55 oder von 50 cent cent schon sagen würde auch veracity bei 9 bis 10 cent beim alten ath verkaufen circa 20 prozent vom gesamtportfolio wie gesagt also die ersten verkäufe die ich tue das sind wirklich dann nur die einsätze die ich rein gemacht habe um die rauszukriegen und wenn was dann kommt das ist mir scheißegal natürlich nicht dass der coin dann runter geht sondern eher dass der noch viel weiter höher geht aber dann bin ich schon auf der sicheren seite dass ich plus minus null auf jeden fall schon mal raus bin ich sage mir gute idee so kann man auch den spiel spanier helfen mit der gartenarbeit wascher wenn wir xrp getradet hätten wären wir schon lange durch oder schon längst im minus und bankrott was denkst du wie viel er tatsächlich verarbeiten könnte also transaktion pro sekunde für zentralbanken und so weiter alles zusammen 150.000 ich gehe ganz stark davon aus dass er jetzt schon ein wenn sie auf den startknopf drücken 150.000 transaktionen pro sekunde verarbeiten kann sanremo oder einen anderen in der gemeinschaft der zum beispiel gerne im garten arbeitet hallo ich bin doch da ich wurde gerne im garten ich habe damit kein problem das entspannt mich total zwischendurch machen preußchen wenn ich dabei rauchen kann und keiner mir auf den sack geht von wegen raucher kein thema ne dann verbringe auch stunden im garten auch 12 13 stunden habe ich kein problem mit mit sowas dann ja doch wir müssen schreiben naja eine stunde 35 auf dem samstag ist schon schwach jetzt bin ich mal meckern standrampe wie ist deine meinung mc ob wir ein quantenfinanzsystem bekommen ich kann es mir gut vorstellen muss ich ganz ehrlich sagen dass wirklich ein quantenfinanzsystem integriert wird ob so kommt müssen wir natürlich gucken aber die wahrscheinlichkeit dafür ist schon nicht gerade gering da habe ich mehr vertrauen in meine coins und würde allgemein etwas länger warten mit den invest rausnehmen plus circa 20 prozent gewinn nein das mache ich eigentlich immer dass ich immer nur einen kleinen teil verkaufe wenn ich sage okay jetzt geil ich sag mal fünf bis zehn prozent muss ich verkaufen damit ich natürlich meine investitionen die ich rein gesteckt habe wieder raus habe und dann sage ich mir ganz ehrlich nach mir die sinnflut und dann kann ich mir auch vorstellen dass ich dann bis wie schön ein dollar halten werde wascher marcello der glitsch von 327.000 xp dollar ich habe den go gefragt der meinte das wird dann irgendwann passieren wenn es erschienen ist aber wann also da ich von aus gehe dass 2030 über den xrp ledger der komplette aktienhandel auch laufen wird weißt du es sanremo immerhin ist es ein garten mit mehr blick abwarten levy 250.000 transaktionen pro sekunde krass ja das hat man sogar schon getestet trends authentic wann 771 2025 zingen wir machen dann in der finca schön weiter im nächsten bärenmarkt die geschäfte mit neuen kryptos ja hundertprozentig aber nicht nur neun wir nehmen auch noch ein also ich nehme alte natürlich auch in portfolio wieder rein kommt darauf an wie die so abgeschnitten haben und wie die entwicklung natürlich auch ist im bärenmarkt von den projekten aber sicherlich kommen auch neue dazu johannes ja im sie ich hätte auch kein problem auf dem gartenstuhl unter dem sonnenschirm bei einem kühlen getränk dir bei der gartenarbeit zuzusehen ja siehst du habe ich noch unterhaltung dabei ist auch okay siehst du kann auch machen startrampe sobald das initial invest ausgecached ist werde ich in vier bis fünf stufen dann den rest aus cashen aber schauen wir mal wie es alles läuft richtig 72 ist einfach gut du kannst ja noch mal von vorne an beginnen mit den kommentaren dann kommen wir locker auf drei stunden können wir nächste woche in angriff nehmen samstag lundin okay dann kommen zu uns in den garten woher in der schweiz nähe bodensee habe kleinen garten mit viel bier du ich habe 1400 quadratmeter garten hier ich tuk mich immer aus ich finde das geil das entspannt mich total transatlantic das wäre ein traum johannes o mc zusehen beim arbeiten und gleichzeitig noch das meer sehen so geil es ist ja für mich auch keine arbeit im garten das ist immer das schöne das kann ich mir bildlich gut vorstellen johannes im garten unterm sonnenschirm und mc arbeitet und schwitzt wie ein schwein lewitz echt wann haben sie das getestet gehabt mc 150.000 transaktion wenn schon länger her ist sind die safe noch höher gegangen und wenn wir haben 2024 2022 sbi holdings oder was 2023 kann ich jetzt nicht mehr sagen welches jahr zinge mehr liebe biergarten kultur russia internet computer soll der stärkste crypto projekt sein und läuft und schön zehn mal besser als solana das können auch bis 1000 steigen was denkst du dazu kenne ich mich mit internet computer zu wenig aus aber würde ich sagen muss man mal sehen johannes ne pepsi max mit eis und zitrone garten ok wascha deine prognose wann endet der prozess august 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 dieses jahres 31 8 ist bei mir stichtag da spätestens da kommt die torres und winkt mit dem schein und ja du musst so und so viel zahlen don soprano und wie sieht es aus wann startet die rakete xrp angeblich ist ja diesen monat schluss mit dem verfahren darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen aber ich würde mal sagen wenn der market maker drauf ist drei bis sechs monate danach sollten wir was am preis sehen dann ja ich will xrp nicht unter 100 dollar anfangen zu verkaufen lieber arbeite ich zwei jahre weiter macht mir auch nichts aus die kollegen sind in ordnung wir halten zusammen dafür habe ich andere kryptos die dann verkaufen könnte max rosenberg mc kauft nach dem live stream sologenik nein um gottes willen singen wir nicht übertreiben dann nicht zu lange warten mit dem ersten verkäufen startrampe wie sich das wohl anfühlt wenn wir es geschafft haben und alle mit getränken in der hand den sonnenuntergang über dem atlantik anschauen und über unsere reise zu finanziellen freiheit quatschen wird bestimmt geil und richtig entspannt sanremo ich weiß wie das ist du lebst auch in der absoluten hölle mein freund das was mir so geschickt dass um gottes willen wie gesagt ich weiß nicht wie du wieder jeden tag aufstehen kannst und dir das antust dann soprano ich weiß ja dass deine prognose meist etwas zu hoch angesehen werden ja klar sollen sie doch ne stimmt mich auch nicht obwohl du ja bislang recht hattest nein hör auch sowas zu sagen um gottes willen aber wie hoch siehst du den xrp preis in diesem jahr ich sehe ihn von 10 dollar bis 300 400 dollar aber auch nur wegen der verwendung startrampe er weiß wie er uns neidisch machen kann startrampe ganz ehrlich das ist die hölle auf erden wo er lebt ne also ganz was er mir da geschickt hat auch die sonnenuntergänge und so bohr alter schwede ich würde da durchdrehen glaube ich mr krypto so schluss für heute mc ciao ciao ok zinger mehr brauche ein green egg grill auf tenerefa ja musst du dir den dann besorgen max rosenberg sektenführer nach krawalle auf tenerefa behaftet wahrscheinlich glaube die finanzielle freiheit wird auch nicht geil denn der mensch gewöhnt sich an alles nein dann werden wir sowieso auch meckern dass wir nicht kein geld haben das ist normal sanremo nicht neidisch antörnen johannes ok war super heute alle liebe zueinander alle lieb zueinander wünsche allen einen wunderschönen sonntag genießt es und wir freuen uns schon jetzt auf den montagabend pünktlich um 20 20 hundertprozentig dirk dengler du musst einfach wöchentlich die will ich gar nichts mit haben 72 einfach gut ich habe mal ausgerechnet wenn xp auf 100 dollar geht dann könnte ich über 30 jahre jeden monat 55 xp verkaufen heißt 5500 pro monat netto damit würde ich mehr als gut leben ist doch schön kambin vielleicht interessante übersichtskarte ripple aber wenig zu sehen was hast denn das schön ist für mich von der dlt science foundation zusammen mit einigen anderen schwergewichten im kryptobereich als globales protokoll gelistet es lohnt sich für sich für mich eine tasche zu haben switzerland ja ich sag gerne schweiz ist ihr seid echt nicht ganz ohne united states ja das problem ist immer ne ist okay aber ripple zählt natürlich zu den usa weil sie da auch ihren hauptsitz und 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 haben da aber es ist immer noch ein globales unternehmen muss man ganz klipp und klar sagen aber okay lassen wir es mal so stehen aber es ist schon interessant in der schweiz deutschland wir haben jota wenigstens noch hier luxo kenne ich auch nicht und schönen sonntag wünsche ich dir auch don soprano irgendwie hängt deine kamera ja ich weiß ich krieg das mit dem rechner hier nicht hin weil er zu wenig leistung hat ich habe leider die falsche grafikkarte damals ich habe nicht darauf geachtet wegen der grafikkarte ist ab nächste woche samstag besser da habe ich wieder mein haupt rechner dran davon da streame ich dann weil ich dann auch ruhe wieder habe wasser flippte switch don soprano wieso heute schon schluss samstag war doch immer ab 22 uhr ich weiß nicht warum die leute schon abhauen es ist doch schon 22.05 lumbin ja habe sonntag und montag frei oh schön emhan gute nacht zusammen und einen schönen sonntag gute nacht wasser max rosenberg gibt es noch eine preis prognose für 29 30 für xrp wie schön archimie veracity zum abschluss du willst dafür eine preis prognose haben archimie veracity kann ich dir nicht sagen wie schön gehe ich von 10 bis 70 dollar aus bei xrp alter schwede da knacken wir locker über die 20.000 dollar schweiz klein aber fein schweiz in europa das kleine asien in der blockchain welt von daher ich wünsche euch natürlich alle einen wunderschönen samstagabend noch genießt das restwochenende morgen habe ich ja stream frei außer es passiert irgendwas weltgeiles das xrp von jetzt auf gleich auf 100 dollar ist natürlich aber denke ich nicht und ich bin montag um 20 20 natürlich wieder hier und wer gerne dabei sein möchte weiß was er zu tun hat dick dingler habe noch einen amd da haben wir es wieder ich möchte amd grafikkarten nicht mehr haben ich hasse amd ich nie wie dir ist das einzige was ich sage ist geil du hast zwischenzeit schnell gelesen mc darum hauen wir schon arbeiten da aber hab noch einen korea nein venum gehäuse kannst haben nein möchte ich nicht keine panik ich habe ja einen guten rechner nun die leider nicht hier sondern im wohnzimmer stehen und ja aber ab nächste woche samstag kann ich dann von da aus streamen und da knacken wir dann mal drei stunden dann soprano wer jetzt schon offline geht verschläft auch den anstieg von xrp warten wir mal oh ja hast recht wir sind von 60 cent auf es geht wieder runter 61 jetzt noch 61 2 von 61 5 aber nichtsdestotrotz ich wünsche euch natürlich noch allen einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann den einen oder anderen sicherlich montag und bis dahin habe ich bestimmt auch wieder was vernünftiges dick dingler wann startet der bullenmarkt mit verwendung generell welches jahr 24 und damit sage ich auf wiedersehen